hallo und herzlich willkommen bei schlauf ist bastelkanal der problemlöser für die kleinen dinge die deinen alltag leichter machen so heute bauen wir uns was aus draht das ist vom gartenzauner so ein spanndraht da habe ich die schutzhülle die kunststoffschutzhülle schon runter gemacht und da haben wir vom internet vorlagen ausgedrückt und je einfacher desto leichter und die werden wir jetzt praktisch mit dem draht nachbiegen und dann zu skulpturen bauen und wie auch immer ihr euch entscheidet ich mache jetzt dieses teil nehme ich einfach mal ein stück draht ungefähr so lange wie es brauche das stück machen wir als erstes und das müssen wir jetzt praktisch dann so hier entlang biegen dass es hier passt und dazu habe ich mir hier einen rundstab eingespannt und jetzt kann ich praktisch hier diesen draht hier um bieten dann muss ich natürlich immer wieder schauen dass das mit der rundung hier überein passt so der erste draht ist fertig und den klebe ich jetzt am besten gleich hier hin und dann mache ich einfach alle anderen weiter so nehmen wir den nächsten und den da den wo jetzt praktisch hier so rein klebe das wird dann einer ja und so manche kleine täte muss man natürlich auch irgendwie ein bisschen schleifen weil sonst passt es nämlich gar nicht irgendwie rein oder so im ganzen könnte heiß sein und jetzt geht es weiter im text macht man die nase vorne und dann eins nach dem anderen nase war sie noch zu groß machen sie wird kleiner und weg ist sie fix so ein scheiß ok machen wir nochmal die neue das wird deine nase und fertig schaut doch gut aus und schon ist das gesicht einigermaßen fertig das ist das der draht schraubig rund ist brauche ich da fast nix mehr rein bringen das passt perfekt der fuchs hat noch ein auge hier aber ich weiß nicht wie ich das mache für das auge nimm jetzt einfach ein 35er bohrer den draht das spanne ich hier einfach ein einfach ist gut gesagt und dann und bürg das einfach mal da drum rum so und jetzt und jetzt muss ich das da abschneiden zwingen klemmen so das wird mal das auge ja aber wie wir das ganze jetzt dann dahin machen weiß ich noch nicht jetzt mal das auge einfach irgendetwas irgendwer wo schauen blöd aus sonst bürgen wir das einfach noch nicht mal so lass ich es eigentlich hätte den trocken da raufbüren können dann geht in der unten das wäre geil gut aber das tun wir jetzt einfach abschneiden abzückern und dann verlängern das einfach da so fertig kann ich das ganze mal verschweißen aber nicht da drin sondern draußen jetzt habe ich noch einen kostenlosen tipp für euch das ist einfach irgendeine kunststoffbox da ist innen ein magnet drin durch den deckel habe ich eine schnur durchgezogen kann den magneten praktisch nach oben ziehen da habe ich jetzt einen ring drumrum gemacht alles aus kunststoff und damit kann ich jetzt diese komischen teile einsammeln alles was draht ist beziehungsweise alles was metall ist und wenn ich es runter da möchte jetzt brauche ich bloß die magneten hoch zu ziehen das fällt alles runter und in die mülleimer rein so cool da hinter mir mein mülleimer und fertig hier leer Das war's für heute. 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 Das war's für heute.